Hi, mein Name ist Veronika Gerritzen von Bauchwerkblog. Super, dass du einschaltest. Ich zeige dir heute eine super Übung für den Po, damit er schön knackig wird. Die kannst du auf jeden Fall zu Hause machen. Super schnell zum Nachmachen. Ja, ich bin Veronika Gerritzen, wie schon gesagt. Ich habe einen super tollen Blog, auf dem du tolle Tipps bekommst. Unten nochmal eingeblendet. Welche Tipps du da genau findest, sage ich dir am Ende nochmal. Also dranbleiben. Ja, du findest auch einen tollen Crashkurs dort, an dem du sehr strukturierte Anleitungen bekommst, wie du deinen Bauchwerk bekommst. Wirklich super. Jetzt klicken unten in der Beschreibung. Ja, jetzt kommen wir zur Übung. Auf geht's. Und zwar ist die ganz einfach. Du stellst dich zwar also auf alle Viere. Hüftbreit die Beine. Schön anspannen. Geraden Rücken machen. Und das Bein anwinkeln. Und immer zur Seite. Und zurück. Und zur Seite. Und zurück. Und zur Seite. Schön den Po dabei anspannen. Dabei schön aus- und einatmen. Das mit der anderen Seite dann auch. Hoch und runter. Hoch und runter. Ja, das ist eine sehr effektive Übung. Auf jeden Fall super zum Nachmachen. Direkt jetzt für dich. Ich würde dir raten, immer vier mal zehn Wiederholungen zu machen. Damit bist du auf der sicheren Seite. Ja, wenn du noch weitere super Anleitungen haben möchtest, verfolge auf jeden Fall meine Videos. Auf meinem Blog findest du auch noch super Tipps. Ich freue mich auf dich dort. Und ja, ich verrate dir auch super Insiderwissen aus der Fitnessbranche und habe super Ernährungstipps, wie du deinen Bauch flach bekommst. Denn nicht nur Übungen zählen, sondern auch die Ernährung ist sehr wichtig. Und wie du das genau hinbekommst, erfährst du in meinem Crash Course. Also, jetzt dafür eintragen. Ich sehe dich dann. Tschüss, deine Veronika.